Heute im Test den Soundbarrel Bluetooth vom Onlineshop www.soundburger.com. Der Soundburger gehört zu einem sogenannten Vibrating Speaker. Vibrating deswegen, weil der Lautsprecher durch kleine Vibrationen seinen Sound an einen externen Resonanzkörper weitergibt. Mit im Lieferumfang enthalten ist natürlich eine kleine Bedienungsanleitung. Des Weiteren ganz klar der Soundbarrel selbst. Diesen schauen wir uns aber gleich ein wenig genauer an. Außerdem mit in der Verpackung dabei ist dieses USB-Kabel. Es bietet zum einen die Möglichkeit den Lautsprecher aufzuladen, zum anderen kann man aber auch den Lautsprecher mit einem externen Audio-Gerät verbinden, das zum Beispiel keine Bluetooth-Verbindung mit dem Lautsprecher eingehen kann. Und nun zum Lautsprecher selbst. Vom Design her gefällt ihr mir das schon mal super. Auf der Vorderseite befinden sich die ganzen Bedienelemente. Zum einen zwei LEDs, die den jeweiligen Ladestatus und den Status der Bluetooth-Funktion anzeigen. Des Weiteren befindet sich auf der Vorderseite das Steuerelement zum Einschalten bzw. zum Aktivieren der Bluetooth-Funktion. Außerdem noch auf der Vorderseite vorhanden ist der Anschluss zum Aufladen des Lautsprechers. Auf der Unterseite befindet sich noch ein kleiner Standfuß, der erstens dafür sorgt, dass der Lautsprecher stabil steht, bzw. auch noch dafür sorgt, dass die Vibrationen des Lautsprechers besser an den Klangkörper übergeben werden. Und nun zur Faszination des Lautsprechers. Denn wie am Anfang schon gesagt, es handelt sich um einen sogenannten Vibrating Speaker. Heißt also, der Lautsprecher überträgt den Sound auf einen Klangkörper. Hier in diesem Beispiel nehme ich jetzt ganz einfach mal die Verpackung des Lautsprechers. Sofort verändert sich der Klang. Und was es da alles für Möglichkeiten gibt, das zeige ich euch jetzt. Also, es war das ganze mean da, wenn es ein slightes sehr Guessung wird, das ist schon mal deutsch. Sofort ver가요! Also, lästigen die Girlpeaten sind also einfach mal für das Netz recherche. Wie ihr nun gesehen habt, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, den Lautsprecher zu benutzen. Und jetzt kommen wir zu meinem Fazit. Nicht nur die gute Qualität des Lautsprechers, sondern auch die perfekte Verarbeitung und das schöne Design konnten mich wirklich überzeugen. Der Lautsprecher hat einen perfekten Sound. Je nach Untergrund kann man das Ganze noch beeinträchtigen. Na klar, so eine Technik hat ihren Preis. Der Soundberry Bluetooth legt mit einem Preis von 79,90 Euro nieder. Na klar, in erster Linie hört sich das Ganze etwas viel an, aber die Technik, die in so einem Vibration Speaker steckt, ist wirklich enorm. Und mich konnte das Ganze echt überzeugen. Wer einen schönen, kleinen, mobilen Vibration Speaker sucht, der ist bei dem Soundberry Bluetooth vom Onlineshop www.soundburger.com perfekt beraten. Vielen Dank. Vielen Dank.